So Chat, 1000 Guests ist da. Das ist shit. Hi Sam oder? Yes Sir. Ich hätte gesagt, du stellst dich schnell vor, für die Leute, die du nicht mehr kennst. So, das ist shit. Ich bin Janika, ich bin 22, ich komme von Orte. Yes Sir? Ja. Das ist shit. Du bist heute auf einem Blind Date. Eigentlich mit dem Dude, der kommt. Du bist Single oder? Ja, voll. Okay, okay, okay. Ah, jawohl. Ja Sir, unser Guest ist hier im Chat. Ja. Verdammt, verdammt. 211 Sack gehönt. Wer hat vorgehört? Oh nein. Ey, was hast du im Chat gesagt? Damn. Damn. I see you. I see you. I see you. Hey Bro, äh. Hochste Steine Bro. Äh, willst du etwas trinken, Bro? Ja man. Was sieht deine Sack? Ey, das ist so schwarzschobisch. Oh, okay. Äh, ich gebe euch schon zwei Minuten Zeit. Könnt ihr einfach so blieb. Äh, keiner mehr taget uns das. Und, äh, yeah, yeah. Du bist zu spät. Ja, ich weiss, ich weiss. Ähm, verstehst du Englisch? Nein. Nein? Nein. Ähm. Schon, aber. Gut, okay. Ähm. Aber wie alt bist du? Ich bin 20. Du? Nein. 22. Ja. Und äh, wie heisst du? Ja, mit Handel. Mein Name. Oh, ja. Wo bist du? Land? Äh, Thailänderin und Schweizerin. Ja, Thailänderin. Okay, wo in Thailand? Phuket, Koh Samui? Norden. Eher Norden. Wo kommst du eigentlich? Haupt Indonesien, Hauptschweizer. Okay. Nein. Nein, aber ganz lange mal einsehen. Also, was schaffst? Äh, was schaffe ich? Ja. Ah, SPD. Gleich. Also, nicht genau. Also, nicht genau. Mirza LLL, sagt Mino, du Adli, es jump auf Arche. Schon. Äh, ähm. Also, was sind meine Hobbys? Nein? So. Fitness. Also, gehst du viel Gym, oder? Ja. Machst du Pilates? Machst du Pilates? Nein. Du bist gut. Du bist gut. Um. Ja, das ist zu beleid. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ich war in St. Gallaxin. Ich musste zum Spital. Ah, was? Ja. That's a valid reason, man. Ja, ja. Fertig. I hope my mom is okay. I will chat. Ja, hey. Ähm. 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 Ja, so. Ähm. Was ich so... Was würdest du gerne zum ersten Date machen, Mino? Wo würdest du sie so aufs erste Date deal oder so? Ähm. Massiver Deni sagt, chat Admino, you ugly as smoothie. Hey, yo. Hey, that's crazy. If that is Santa, I'm sorry, bro. Ähm. Also, erste Date. Ähm. Was magst du besser? Also, italienisch? Sushi? Ähm. Sushi? Sushi. Okay. Bringt mich zum Michelin-star Sushi-Restaurant. Ja. Mit ähm. Escape Room. Was? Escape Room. Escape Room? Ja, gerne. Zahle für membership. Okay. Damn. Wenn er was... Was... Was trinkst du? Also, gerne? Ich. Cocktail. Ja, Cocktail. Ähm. Finacolata, du? Okay. Margarita. Margarita. Okay. Finacolata, Panacumma. Oh shit. Okay. Wo bist du im Ausgang? Trost-Ausgang oder nicht? Also... Oh, es ist schon viel. Also, ich war vorgeschickt. Wie groß bist du? Sorry. Alles gut. Oh shit. No cap. And I'm Asian too, so that's tough bro. Ähm. Also, ich war vorgeschickt mit Jay-Zin. Und dann mit Spruch Maske. Aber ich habe jetzt viel eigentlich mit Spruch Maske. Wenn ich mich verletzen möchte. Mhm. Ich promote. Also, ich promote kurz, aber... Ah, okay. Ah, okay. Und Jay? Ja. Und wie findest du? Ja. Ja, das ist schon geil. Aber ich muss sich zusammen. 6E2, Lapin. Sag Mino, du hast doch eine Freundin. Ja. No, I don't. Ey, ey, ey. No, 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 no. What the fuck, Jay? Ey. Welche Stimmenlegenstelle bezieht? Ähm. Drei Jahre. Drei Jahre? Damn. Aber auch noch. Auch noch. Und erst von wo? Brasilien. Pfff. Und die anderen. Okay. Wie gross? Wie gross bist du? Hier. Also, er. 1,5,8. Gott. Ah, 10,10. Pfff. Oh, shit. Stop that shit. Stop that shit. Nah. Nah, I don't. Nah, I don't. I'm the player. Okay. Leute denken, ich bin, you know, because I'm intimidating. Bro, I'm a shy boy. Okay, okay. Yeah. Ey, Tivo. Stop, bro. I know you see this shit. Stop calling me, bro. Was sagt ihr, so ähm, so zu küssen slash 6 am ersten Date, sagen ihr, kann man das machen, oder ist das eher so upturned, oder nicht so? Was ist eure Meinung dazu? Ey, it depends on the vibe. Also wenn der Vibe is da, dann is gut, and she is feeling it, I am feeling it, then we see where it goes, you know? Aber wenn ich nicht die Vibe fühle, dann bin ich nicht am ersten Date. Einmal ein Blumen, Bro. Einmal ein Blumen. Einmal ein Blumen. Einmal ein Blumen. Aha, okay, okay. Ja, das ist zu viel. Too much Facts. Was heißt, du sollst sexuell am ersten Date werden? Massi, du sagst 1000 minus Aura, dass du keine Rezellst und das im Stream bist. Ich würde dir sagen. Minus 1000 Aura. Ja, das ist keine Rezellst und im Stream bin ich. Ja, das passt 1000. Das ist toll. Aber was meinst du? Nein, also es ist auch nicht so interessant für Martin. Wenn ich mit dem Traum abgehe. Okay, Facts, Facts, Facts. Ja. Alright, alright, alright. Und ja, das ist toll. Was ist dein Tipp? Type? Ja. Ja. Ähm. Heizling. Boney Bowls. Mhm. Mhm. Ähm. Ich hab wirklich keine Zeit. Ähm. Also Short Girls. Short Girls, ja? Ja, bei Short Girls. Okay, 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 okay. Ja. Ja. Und Asiatische sind spicy. So you don't know. Yeah. They got an attitude you don't know. They hide it. Was würdest du sagen, so nach wie vielen Dates ist man so official? Mit dem Anfangsbuchstaben so? Was würdest du sagen, so nach wie vielen Dates ist man so official? So mässig so? Ist man so log in? Weißt du so mit Schloss in der Bio? Mit dem Anfangsbuchstaben so? Ja. Muss nicht unbedingt sein. Die Wahl ist besser. Exactly. Aha! What she's saying. Das ist valid, ja. Okay. Also ohne Schloss und Anfangsbuchstaben. Exactly. You know, once in a while you can post on your story, but like not too much. Yeah. Yeah. Was sagen du so? Dürfte der Partner so in Ausgang gehen in einer Beziehung? With me. Mit dir? With me. No one else. She can't go with her friends. Not with guy friends, but with me. Okay, okay, okay. Same with me. If I go out, she's coming with. No one else. Mmmmm. Or my girl, you know. Yeah. With me. Mit dir zusammen? Yeah. Aber allein so nicht so auf der... Nein. Aye, 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 aye. Massiver, denn ihr sagt, mach Kapuze abe, buddy. Hey, let me relax. Okay, gotta go. Wrap it off, okay. Ähm, ich hab gesagt, yeah, treuert euch kaum. Let me ask one of birthdays. Ja. Okay. Wann hast du dein Geburtstag? Wann hast du dein Geburtstag? 19. Januar. Am Orbe. Okay. 3, 4. Dezember. 17. Ah, okay. Eid! 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 Ne! Eid! Sie sprechen, wie bist du? Ein Pris. Eid! Ja. Eid! Ah, das ist gut! Ist das gut? Eid! Eid! Austauschっちins müde! 1975 merchants! Eid! Eid! Em, she rriters hp're in spa'smart bits! können wir schon überlegen und dann sagen wir entweder Date oder No-Date type shit We had to decide now? Ich habe schon 30 Sekunden Zeit, dann können wir schon überlegen dieses type shit Nimmet ihm das Soundboard weg Bro, oh schau Oh, you tripping bro Bro, das Soundboard ist, das ist da, das ist der shit bro Alright, tap on the button, what sounds you got? Ehm... I like that one Yeah, yeah, der ist da Aha, okay Who's your favorite rapper? What? Who's your favorite rapper in Libyen's Rapper? Ehm... Luciano, Chris Brown... Ehm... No... I'll fuck with that Chris Breezy, heavy Yeah Eie, eie, eie Yeah man, ihr habt genug Zeit gehabt Ihr könnt euch sagen, ich zähle ab von 5 bis 1 ab Und dann könnt ihr sagen, ob wir auf ein Date gehen wollen oder nicht Sollte sagen, ob ihr nur rausduschen sollt sagen, ey Sollte sagen, ey Okay, äh... 5 4 3 Drei, zwei, eins. Nein. Aber nur wenn du spät bist, ist es schön. Oh mein Gott, ist das der Grund? Warum leidet die Englischke in Englisch? Meine Mutter ist sick. Und sie sagt, das ist, weil ich late kam. Ich kam von St. Gallen, 2.5 Stunden, um hier zu kommen. Und sie sagt, nein. Nein, das ist verrückt. Das ist schwer, das ist schwer. El Mino, haha. Ich würde nur sagen, es tut mir leid, Chat. Und du... Ich schattet schon mal. Warte mal, Mann. Ähm, I'm a teach you. Vom Tibor. Ey, auch mal Platz. I should stay for your mother. Ey, that's crazy. Geh schlau, das sollte bleiben. Bro. Das ist crazy. Also, würdest du ihm keine Chance geben, so auf den... Keine Chance, zero. Er hat jetzt gesagt, so... Weil Mutter krank sie ist, so, weisst du... Ey, lass mich... Können wir... Slowly. Ich schlau. Ich schlau. Ich schlau. Okay, okay, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017